Ja, ich glaube manchmal, dass das hier Zauberei ist, was hier passiert in meinem Dörfchen. Äh, okay. Gerade eingerichtet und schon die Madratzen am Umwerfen. Eieiei. Warte mal, fehlt mir aber noch sowas. Fehlt mir irgendwie noch ein bisschen mehr Beleuchtung gerade. Cooles Licht, also auf dem Boden sieht das echt nice aus. So, dann kann ich mich ja mal weiter kümmern. Ich glaube, mit zehn Häuser macht man schon gut, Mann, hier. Oh. Ich war doch gerade hier. Was dann jetzt schon wieder? So. Okay, weiter geht's hier. Eine wilde Nacht gehabt, anscheinend, ja. So, warte mal, Dach hat ja gepasst von draußen. Achso, ich habe noch keine Fenster drunter. Äh, da hinten hatte ich noch eins. Ich würde eigentlich schon als nächstes entweder eine Schmiede oder einen Stall bauen tatsächlich. Aber ich glaube, Stall wäre noch ein bisschen zu teuer gerade. Ich muss noch ein bisschen Money machen, damit wir unser Thron-Dings hier auch erfüllen können. So, der Herr mit den sechs. Hätte gerne Bett, Schrank, Stuhl, Tisch, Schocker. Äh, ich würde hier wahrscheinlich eine... Ich richte trotzdem ein bisschen mehr ein. Ich würde hier, glaube ich, gerne eine Essecke machen. Ähm. Das ist aber ein kleiner Tisch. Aber passt schon. So. Ähm. Zack. Das sind ja schlimmere Schweine als ich und Andreas. Oha. Was? Macht hier so viel Schmutz, oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm. Hier hin. Ähm. Nee. Ist denn der so... Ist der wirklich so groß? Das ist ja fast größer als meine Kerze. Okay, nee. Kommst du an die Ecke? Das passt nicht auf meinen Tisch. So. Zack, zack, zack. Wenigstens schwebt der Tisch hier nicht. Danke. So. Ich habe leider auch keine kleinen Tassen oder so, ne? Sind alle irgendwie so riesig. Yay. Steht nicht nach anderen. Okay. Naja. Also hier ist schon auch ein bisschen schlimmer, ne? Was die hier mit ihren Wohnungen machen. So. Jetzt habe ich das schon mal. Ähm. Einen Stuhl habe ich eigentlich damit abgehakt. Einen Tisch eigentlich auch. So. Ein Bett würde ich, glaube ich, nach oben stellen. Haben wir eigentlich so was Cooles wie... Wie sieht denn das hier aus? Oh, passt auf jeden Fall zu unserem Tisch. Nice. Dann... Dün-dün-dün. Hm, zu groß. Die würden passen. Wir bauen jetzt langsam ins Gehobene rein. Deswegen... Gucken wir mal. Ich glaube, ich würde das in Rot nehmen. Ich habe einen Kerzen... Ich habe hier sonst doch kein anderes Licht. Was soll ich denn machen? Ich besitze sonst kein anderes Licht. Ich habe doch keinen Kerzenfetisch, WTF. Aber wenn es dunkel ist, dann wirst du sehen, dass das voll viel Wert hat. Ne, der ist irgendwie hässlich hier vorne. Ne, den würde ich nicht. Ich habe doch keinen Kerzenfetisch. Sag doch sowas, ne. So, ein bisschen Blumen. So, so langsam können wir ja ein bisschen mehr reinstellen in die Hütten, weil die ja auch ein bisschen steigen. Okay, so ins Bett. Warte mal, nee, gar nicht. Erstmal kurz Money holen gehen. Money. Money, Money, Money. Hier wohnt schon wieder eine Schmutzbacke drunter. Ah ja. Ich lage auch immer Steine bei mir zu Hause. Oh, ist mir passiert. So, können wir aber auch mal anzünden. Kerzenfetisch, sagt er zu mir. So eine Frechheit. Da habe ich schon angemacht. Warte mal. Da können wir auch noch anmachen. So, habe ich überall eingesammelt. Ich glaube ja. Hier, an der verdiene ich richtig gut. Das geht voll schnell bei der. So, 26k. Easy. Hier ist auch voll. So, dann jetzt hier weiter ein Bett. Man kann es auch übertreiben. Hier sind zwei Kerzen auf dem Schrank und eine auf dem Tisch. Das ist doch nicht übertrieben. Ich finde es nicht übertrieben. So, die Frage ist jetzt, wo stellen wir unser Bett hin? Ähm, Schlafzimmer. Hm, warte mal. Was wollte denn der für eins haben? Ach, ein ganz normales Passier. Oh, komm. Dann nehme ich... Was ist so groß? Ich hoffe, der fällt nicht aus dem Bett. Huch. Da kommen... Ja, hier oben dann aber erst. Also... So viele Kerzen mache ich gar nicht. Da ist alles gelogen. Ich mache da Kerzen hin, wo sie hingehören. Oh, das war die Kerzenruhe. So, ich hatte doch mal was gehabt. Ähm, wo hatte ich denn das, ist die Frage. Aber zuerst können wir hier auf jeden Fall einen Spiegel hinmachen. Quatsch andersrum. So. Und dann... Wie hatte ich das denn das eine mal gemacht? War das hier? Habe ich das mit Pflanzen gemacht? Ich glaube, ja. Nee, gar nicht. Da habe ich eine Kiste hingestellt. Aber die kann ich hier nicht hinstellen. Hm. Hm. Ich würde hier gerne so einen Zaun drumherum machen. Aber alles, was ich habe... So ein bisschen... Ja. Hm. Ich kann hier nicht wirklich einen Zaun hinstellen, leider. Weil ich den nicht gerade machen kann. Kannst du fix meine Temperatur bei dir nehmen? Temperatur? Was für eine Temperatur? Was meinst du? Was meinst du bitte mit Temperatur? Ach, von der GPU? Äh... Oh, warte mal. Das war eine Tastenkombi dafür, ne? Damit ich das nachgucken könnte. Ich glaube, ich will hier ein Bödelchen machen. Ja, heh heh. Das ist jetzt aber gerade ungünstig, weil ich eine Aufnahme laufen habe. So, und wer Thorsten das so mag, setze ich für Thorsten natürlich auch einen Kerzenständer hier hin. Ich habe gehört, der mag Kerzen. So. Ja, also kann ich gleich mal gucken, wann ich die Aufnahme gestoppt habe, wenn du willst. So, hier oben muss jetzt aber leider so ein hässlicher Teppich noch hin. Ich wollte erst neben dem Spiegelkerzen setzen und dann dachte ich, na, wenn ich das jetzt mache, dann wird er meckern. So, wir haben Bett... Ach, ich habe keinen Wandschrank. Halt, warte, mir fehlt nur ein Wandschrank. Einmal Wandschrank. Und ich glaube, dieses Mal mache ich keine Bücher dahin, sondern ein paar Dings hier rein. Oh, das hat ja geklappt. So, kommen wir ein paar Pullen hin, würde ich sagen. Ich habe da leider nicht so viele Möglichkeiten, aber ein paar habe ich. Hier kann ich gar nichts draufstellen, ne? Hm, noch hier hin. So, was habe ich denn noch so? Schaut, dass ich das hier nicht... Ich lasse das so. So, wir können... Ach so, jetzt kann ich auf einmal Besteck hinlegen. Warte mal, das haben sie aber geändert. Das war nämlich vorher nicht möglich. Das ging vorher nicht. Vorher stand das Besteck immer nur. Warte mal, das... Hä? Okay, sie schweben aber auch nur. Schweben sie auch, wenn ich sie auf so ein... Okay, wir sehen das jetzt einfach mal nicht. Ähm, so. Wandschrank habe ich das... Können wir verkaufen. So. Nice. Äh, so. Ich brauche einmal mein Schild. Ach so, heute mal. Fehlt eine Treppe noch. Hier fehlt noch eine Treppe. So. Ach guck mal, wir könnten sogar... Ach, wir könnten sogar den Teureren... Wollen wir die Teureren machen? Den Sudibrat Dulović? Badezubehör. Dann. Warte mal. Eigentlich würde ich hier vorne in die Ecke ganz gut. Direkt am Fenster. Da hätten wir erst direkt neben dem Esstisch. Wäre jetzt irgendwie auch nicht so geil. Aber zumindest hat er hier einen Vorhang. Warte mal, ich tausche mal. Dann kriegt er von uns hier so eine nice Badewanne. Oh ja. Was ist das denn für ein... Ist das Leder? Also der Platz ist doch wie gemacht. Für eine Badewanne. So, dann kriegt der Teurere das natürlich. Easy. Peasy. Ja, nice. So, zack. Einmal kurz Aufräumarbeiten und Money reinholen. Pulsfrau, Bauarbeiter. Wir sind alles. Den, den. Ich muss euch mal zählen, wie viele... Häuser wir haben. Wir müssen jetzt sechs haben, oder? Ich glaube, sechs Stück. Okay. So, wir machen auf jeden Fall guten Money. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf... Ja, sechs Stück haben wir. Hä? Oh, was ist hier nicht richtig? Reinige das Haus, aber... Hier ist doch gar nix. Hä? 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 Sag mal, sehe ich was nicht? Hier ist doch gar nix, oder? Oder hat sich das Bett verschoben? Ah. Aha. Toll. Unter die Matratze. Wer legt denn sowas unter seine Matratze? Also, wirklich. Ja, ja. Liegt an den Kerzen, genau. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall sechs Stück. Den Dorfplatz, soll ich den... Ich glaube, den mache ich am Ende, oder? Die Burg habe ich auch noch nicht eingerichtet. Ich habe nur Richtung Thron, habe ich ein bisschen was gemacht gehabt. Ach, halt, warte mal. Ich habe es gesehen, auf dem Tisch lag was. Oder? Nö. Da. Die Straßen, die sind so ein bisschen tricky auch, ne? Finde ich. Hat schon mal jemand von euch eine Straße gebaut? Kaum eingezogen, schon Schmutz drin. Und Heu auf dem Tisch. Ah, ja. Heu auf dem Tisch. Nö. Nö. Sehe ich nicht ein. Ja, muss ich aber. Manu. Warum liegt hier Heu auf dem Tisch? Warum macht man das? Also wirklich. So, wo ist das Brett? Hier fehlt irgendwie ein Brett. Hm. Warte mal. Das muss rüber und das muss dahin. Gerade eingerichtet und dann Heu auf dem Tisch. Also, ich glaube, es hackt. So gehen die Leute mit ihren Sachen um, ja? Das ist unsere Luxusgesellschaft hier. Frechheit. Absolute Frechheit. Ach, ja. Und Bierpullen im Bett. Mann, 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 Mann. Also, wirklich. Ja, ich sehe schon, ja. Hier müssen wir irgendwo. Irgendwo ist hier noch was. Dahinter ist nichts. Warte mal, ist ja der Matratze schon wieder? Vielleicht. Ja. Das ist aber auch gemein, ne? Ich richte ein. Also, ich richte ein und du räumst auf? Okay. Warum? So, ich würde jetzt hier, so Kieswege oder so, würde ich halt voll fühlen, ne? Also, ich richte ein. Cheg. Eddy. Duräg. Du r Bonjour. Du rät.